Mittelgewichtskampf bis 84 Kilogramm zwischen Federico Corsato und Mario Cainz. Federico Corsato vom Team Brondani kommt aus Norditalien und hat heute sein Kampfdebüt im Käfig. Er trainiert seit mehreren Jahren Kickboxen und er hat bis dato acht Kämpfe bestritten. Das Team Brondani ist prinzipiell bekannt dafür, starke Standkämpfer zu bringen. Mario Cainz von unserem Team ist ein neuer Stern am MMA Himmel. Er besitzt wirklich das Herz seines Kämpfers. Ursprünglich kommt er aus dem Extrem-Ausdauersport und das spiegelt sich komplett in seinen Kämpfen wider. Er vernichtet seine Gegner mit einem hohen Kampftempo, das nicht viele halten können. Wenn Federico nicht aufpasst und sich schon zu früh auspowert, wird Mario überhand nehmen. Ich bin sehr gespannt, wie Federico mit dem Tempo von Mario umgeht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.